Es ist eine Situation, wo wir vorne im Wohnzimmer saßen und wir über die Medi gesprochen hatten und er sich sehr aufbrausend, auf einmal sehr nervös und sehr aggressiv geworden ist und halt diese Laute, dass das Kind tot sein könnte oder dass es tot ist. Nach so vielen Jahren würde man so eine Leiche sowieso nicht finden. Das ist die einzige Situation, die ich noch in Erinnerung habe, wo es dann Klick gemacht hat. Warum hat er das damals gesagt?